Tag zusammen, seid schön gegrüßt und es ist mir eine große Freude, euch eine ganz neue Bell & Jerry's Sorte vorzustellen und zwar eine der Muforia Serie Eis mit wenig Kalorien, die Sorte Salted Caramel Brownie hier im Test. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir schauen uns an, was drin steckt, wie sind die Nährwerte, wie sind die Zutaten und vor allem wie schmeckt es mir. Achso und wie sieht es aus? Auch wichtig bei Bell & Jerry's nochmal ganz viel Spaß bei diesem Test. Ja, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich im Rewe heute Morgen das neue Bell & Jerry's Salted Caramel gesehen habe aus der Muforia Serie. Was die Muforia Serie ist, wisst ihr ja vielleicht, es ist leider ein, ich sag mal, abgespecktes Bell & Jerry's. Ich persönlich habe da ein riesen Problem mit. Ich mache übrigens schon mal hier so ein bisschen das Plastik auf, das sieht ein bisschen schöner aus. Wobei, wir machen es vielleicht einfach schon mal direkt auf, damit es antaunen kann, oder? Machen wir mal eins der Highlights sofort. Okay, so sieht es schon mal aus. Ich lasse es jetzt ein bisschen antaunen und in der Zeit quatschen wir ein bisschen darüber. Ja, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich es gesehen habe und, obwohl, das habe ich ja glaube ich schon gesagt, ich wollte eigentlich sagen, ich habe ein bisschen Problem damit, denn ich finde, Bell & Jerry's hätte bei seinen Wurzeln bleiben sollen, einfach nur geile Eiscreme machen sollen und nicht anfangen sollen, Luft ins Eis zu pumpen und irgendwie ein auf Diät zu machen. Denn, man muss das auch sagen, das machen die zwar einerseits, weil viele Kunden es leider wünschen, andererseits auch, weil die damit pervers viel Geld verdienen. Denn in diesem Eis steckt gerade mal die Hälfte eigentlich, was in einem normalen Pine steckt, aber es kostet genauso viel. Da kommen wir aber gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich möchte kurz so ein bisschen Kritik an diesem ganzen Diät-Hype äußern. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass die Menschen glauben, dass jetzt so Eis wie Halo Top oder auch Bell & Jerry's Muforia absolut lecker ist und sich irgendwie selbst belügen und behaupten, normales Bell & Jerry's würde da irgendwie, ja, würde nicht deutlich besser sein. Oder, ich sage mal, wenn man sich so Noten anguckt, ich weiß nicht, die Leute sagen, oh, das Muforia ist absolut geil, es ist richtig lecker. Oh, das Halo Top ist so geil. Leute, guckt euch die Videos auf meinem YouTube-Kanal an. Es gibt objektive Punkte, die zeigen, dass dieses Eis scheiße ist. Es ist voll mit Eiskristallen, es ist wässrig, es schmeckt nach nichts. Es kann auch nicht schmecken. Es ist quasi irgendwo auch ein Naturgesetz, dass etwas, was viel Fett und Zucker enthält, besser schmeckt. Das kann man nicht kaputt reden. Leute, meiner Meinung nach, das ist meine ehrliche Meinung, die darauf schwören, dass so ein Muforia oder so ein Halo Top so geil ist wie ein Bell & Jerry's. Sorry, ihr lügt euch an. Es stimmt einfach nicht. Das ist meine ehrliche Meinung. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach unten geben. Und ich muss einerseits auch sagen, es tut mir irgendwo auch leid, denn bei diesen Leuten sind sicherlich auch viele Leute bei, die das vielleicht auch so eine Art Schutz machen, damit sie rechtfertigen können, Diäteis zu essen statt richtiges. Es tut mir leid. Trotzdem muss ich hier irgendwie auch meine ehrliche Meinung sagen und meiner Meinung nach auch die Wahrheit. Dieses Eis kann nicht so gut schmecken wie anderes. Wie gesagt, tut mir leid, dass manche Leute da in diesem Sog drin sind und meinen nur noch, Diätprodukte sind das einzig Wahre und alles andere wäre der Teufel. Das ist de facto nicht so. Guckt euch dazu einige meiner vergangenen Videos an. Muss ich an dieser Stelle hier nur noch mal erwähnen, denn wenn man da einmal drin ist in der Scheiße, dann kommt man da nicht mehr raus. Und Punkt aus, ein Diäteis ist nicht so geil wie ein richtiges. Und kein Diäteis schmeckt wirklich geil. Gar keins. Überhaupt nicht. Also die schmecken vielleicht gut oder sind gut gemacht oder die Idee ist toll oder ist es... Ich meine, deswegen kaufe ich mir ja auch sowas. Ich finde das interessant. Ich schaue es mir gerne an. Ich schaue es mir an, wie es schmeckt. Und vielleicht schmeckt es für die Art Eis auch ganz gut. Aber global gesehen kann man nicht sagen, dass das richtig geiles Eis ist. Denn richtig geile Eiscreme hat Fett und Sahne und ist einfach etwas ganz anderes. Und man muss halt auch irgendwo kritisieren, dass man hier für viel Geld extrem wenig kauft. Nämlich nur 306 Gramm. Ein normales Ben & Jerry hat ungefähr 420 Gramm. 500 Milliliter ist gleich geblieben, aber hier ist deutlich mehr Luft drin. Okay, es ist deswegen nicht ungefähr ganz doppelt so teuer. Aber wenn man sich dann auch die Zutaten anguckt, wird natürlich entrahmte Milch genommen. Kaum noch Sahne und ähnliches. Sprich, man hat auch von dem, was drin ist, deutlich weniger. Nicht mehr so viel Fett. Dadurch werden natürlich die Kalorien geringer. Allerdings auch der Geschmack. Und das kann man halt einfach nicht bestreiten. Es sei dann bei diesem Muforia noch erwähnt, dass die geringeren Kalorien, die hier so angepinnt werden, das habe ich auch in den beiden anderen Muforia-Videos gesagt. Das war einmal das Chocolate Cookie Do oder wie das hieß und das Caramel Cookie Flix. Die Videos gibt es auch auf meinem Kanal. Wenn ich daran denke, tue ich sie auch in die Beschreibung. Und da habe ich das schon ausführlich erwähnt. Deswegen sei hier nur noch mal kurz gesagt, diese Aussage von wegen 124 Kalorien, das wird dick draufgeschrieben. Die beziehen sich auch auf die Milliliter. Und das Problem bei der Milliliterangabe ist, da wird auch Luft eingerechnet. Denn wenn wir uns beim Ben & Jerry's die Nährwerte pro 100 Gramm anschauen, sind die bei 200 und dann sind sie gar nicht mehr so viel extrem niedriger wie bei manchen anderen Ben & Jerry's, die auch in Anführungsstrichen nur 260 haben. Klar, es gibt auch welche, die 330 haben wie so ein Peanut Butter Cup. Aber hier sind ja auch keine Peanut Butter Cups drin. Deswegen kann es ja gar nicht so viel haben. Man hat hier natürlich auch weniger Soßen drin, weniger Chunks, weniger Inlay, die natürlich viel Kalorien haben. Denn Brownie-Stücke und Keksstücke, das sind die Dinger, die richtig Kalorien haben. Die Eismasse weniger. Deswegen, das ist alles natürlich Augenwischerei. 124 Kalorien pro 100 Milliliter. Ja, schön und gut. Ein Cremissimo-Eis hat weniger Kalorien pro 100 Milliliter. Damit will ich euch jetzt nicht sagen, kauft euch Cremissimo. Ich will damit sagen, lasst euch nur nicht verarschen und seid einfach mit offenem Auge da, damit ihr einfach selber seht, wie die Wahrheit aussieht und nicht, was euch eine Firma wie Unilever oder auch andere Firmen, das sind ja nicht die einzigen, die euch weismachen wollen. Denn Luft hat logischerweise keine Kalorien. So sieht das nun mal aus. Ich muss mal kurz noch ein Foto machen. Für euch gibt es Bruchtag von der Sekunde ein Cut. So, also ich möchte jetzt hier also nicht irgendwie noch lang und breit schlagen. Ich hoffe, ihr habt grob mitbekommen, worum es mir geht. Ich habe den Deckel schon versaut. Herzlichen Glückwunsch, deswegen lassen wir einfach mal den Deckel hier. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier genau für ein Eis haben. Und zwar haben wir ein Karamell-Milcheis, keine Eiscreme, da sieht man schon den Unterschied, mit Schokoladengebäckstückchen 6,5% und gesalzener Karamellsoße 11%. Das ist schon mal ganz geil. Kommen wir auf 17,5% irgendwas drin. Das geht tatsächlich in die Richtung normale Bellen-Milcheis. Das ist also soweit ganz cool. Ja, die Nährwerte sehen wir hier. Pro 100 Gramm haben wir 199 Kalorien, hauptsächlich aufgrund von weniger Fett. 5,6 Gramm Fett. Meint Anne Bellen-Milcheis, was habe ich denn gerade mal hier? Ich gucke mir jetzt mal das Cinnamon Bun an, was wir hier haben. Das bringt es auf 273 Kalorien und 15 Gramm Fett. Sprich, ja, in dem Fall hier zum Beispiel 9 Gramm Fett weniger. Und das sind auch die Kalorien. Denn weniger Zucker ist nicht drin. Ganz im Gegenteil, hier 34 Gramm Zucker, viel Karamellsoße natürlich, äh, 34 Gramm Kohlenhydrate, Karamellsoße und 26 Gramm Zucker. Sprich, das ist unverändert. Es wird bei diesen Bellen-Milcheis oder bei diesem Muforia die Kalorien gespart, indem man pro 100 Millilie, indem man Luft reinpumpt und global gesehen auf die Masse, wo dann die Luft ja ausgeschlossen ist, dadurch das Fett eingespart wird. Wenn wir jetzt hier die Fett, wieder die Fettgehalt, wieder draufrechnen, der fehlt, dann sind wir wieder beim normalen Kaloriengehalt. Die Zutaten sind entrammte Milch, Zucker, ne, konzentrierte Magermilch, Maga, 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 Glucosesirup, sehr traurig, dass hier auch billiger Zucker benutzt wird, bei so teurem Eis, Rahm, Trinkwasser, Eigelb, Weizenmeer, Butterfett, Rahmpulver, Fett, Amager, Kakao, Salz, pflanzliche Öle, Soja und Sonnenblumen, ähm, Invertzuckerstabilisatoren und so weiter, Invertzucker. Das ist auch ein ganz beschissener Zuckerstoff. Ich weiß nicht, warum der hier drin ist. Der wird jetzt mal für die Karamellsoße genommen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vanilleextrakt drin, Eiklar, Backtriebmittel sind auch drin, Gerstenmalz. Ähm, Fairtrade ist, glaube ich, auch ein bisschen Kakao, Vanille nach Fairtrade-Standard. Okay, ja, es ist jetzt hier schon am Rand ein bisschen angetaut und ich werde es einfach mal direkt probieren. Wobei, vielleicht stelle ich dafür die Kamera einmal nach oben, dass wir so ein bisschen besser drauf gucken können. Das war jetzt gerade die Tupadose, die ich erstmal festklackern musste, sonst sprengt der Deckel gleich meine Kamera runter. Das Ben & Jerry's Muforia Sorted Karamell Brownie werden wir uns jetzt hier mal hier reinziehen mit diesem geilen Löffel aus Tokio. Habt ihr schon mal gesehen. Ich finde diese Plastikschaufel zwar irgendwie stylisch von Ben & Jerry, aber irgendwie ist sie eklig, immer davon zu essen. So, also hier am Rand ist es schon mal ganz gut angetaut. Geht natürlich schneller als beim normalen Ben & Jerry's, weil mehr Luft drin ist. Und man sieht direkt, das habe ich auch bei den anderen Ben & Jerry's kritisiert, dass es so eine Art flockige Konsistenz hat. Das kann man hier so ein bisschen sehen. Oh, ich habe jetzt direkt ein Brownie-Stück gehabt. Oh ja, das ist wirklich lecker. Das geht wirklich in die Richtung von so einem normalen Brownie. Ich weiß nicht, ob sie gleich ein Brownie sind, aber schön knatschig. Wow. Sehr intensiv schokoladig. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt spontan erstmal nicht erwartet, dass die Brownies so gut sind. Das ist schon mal ganz lecker. Jetzt haben wir hier noch eins. Und dann kommt gleich das nächste. Also ja, Brownies sind schon mal ein paar drin. Ja, sehr schokoladige Brownies, muss man sagen. Jetzt probiere ich mal die Eismasse selbst. Und hier oben seht ihr auch schon ein bisschen die Salzkaramellsoße. Ja, also die Eismasse oben, das ist wirklich so Milcheis. Ich finde, der kommt jetzt nicht ein besonderer Geschmack hervor. Diese Karamellsoße ist so ein bisschen hier reingearbeitet. Die konnte ich jetzt nicht so sehr rausschmecken. Das Eis selbst schmeckt relativ neutral, wie ich finde. Ich lasse es, glaube ich, noch einen Moment antauen. Das braucht noch einen Moment. Schauen wir mal gleich weiter. Was ich bei den Muforias immer ein bisschen doof finde oder auch bei Eis wie Cremissimo ist, dass es am Rand schon richtig schön angetaut ist, weil eben es durch die Luft gut antaut. Aber oben dauert es dann oder mittig dauert es ein bisschen länger. Ich will jetzt nicht, dass mir das gleich am Rand komplett wegsuppt. Deswegen arbeite ich mich jetzt mal vom Rand aus vor. Und ich glaube, da kommt schon wieder ein Brownie. Hier sehen wir jetzt auch so die Konsistenz, dass schon Luft drin ist. Das seht ihr an diesen kleinen Blasen da. Ich versuche da mal rein zu zoomen. Da könnt ihr die kleinen Blasen sehen. Ja, da sieht man also, dass Luft eingearbeitet ist. Ups, jetzt habe ich hier gerade... Scheiße, muss ich gerade noch mein Smartphone wieder... Jetzt hätte ich fast hier alles abgeschmiert. Es schmilzt gut im Mund. Jetzt habe ich auch ein bisschen Karamell mitbekommen. Aber es ist definitiv nicht so vollmundig wie normales Benjuris. Man schmeckt deutlich, dass weniger Fett drin ist. Was ja auch logisch ist, weil weniger Fett drin ist. Die Brownies sind für mich bis jetzt das Highlight. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass dieses für mich schon mal das Beste der drei Mofores, die ich hatte. Das Fett steht ja noch im Kühlschrank. Die Brownies sind vor allem halbzüglich Schulter dran, weil die sind wirklich schön gelungen. Die Eismasse selbst ist halt relativ lasch, muss ich sagen. Also jetzt hier irgendwie richtig dick, wobei jetzt hier kommt so langsam Karamell oder doch. Aber wie gesagt, der Hauptgeschmack selbst ist ist relativ lasch. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwie Karamellsoße habe. Oh ja. Ja, die ist deutlich besser als das Haupteist selbst. Sie gibt dem Ganzen natürlich so einen schönen Geschmack. Es wäre natürlich wünschenswert, dass die in Burkern drin ist. Das haben die aber leider mal wieder nicht gemacht, sondern ist so eher so fein drin verteilt. Man hat zwar ab und zu mal Bereiche, wo man doch ein bisschen mehr hat, so wie hier scheinbar. Aber so richtig geile Bunker wie bei manchen anderen. Wobei, ich glaube, ich habe noch zu viel... Ne, doch nicht. War ein Brownie. Also richtig dicke Karamellbunker gibt es dann doch eher seltener. Wobei, also es sind jetzt nicht nur so ganz feine Spuren. Und das ist ganz schön. Das schmeckt dann da auch ein bisschen besser an der Stelle. Ja. Also es ist jetzt natürlich kein Diäteis, in Anführungsstrichen, wie so ein Oppo. Gott sei Dank. Dann könnte Ben & Jerry gleich sich selbst geißen. Also so extrem wenig Kalorien wie so ein Hello Top und so hat es nicht. Und deswegen schmeckt es auch deutlich besser. Wobei ich persönlich auch auf das Oppo Vanille schwöre. Ist eins meiner liebsten Eis. Aber Hauptsache, weil es so einen geilen Vanillegeschmack hat. Nicht weil es irgendwie wenig Kalorien hat. Da bevorzuge ich dann doch lieber die Wumser von Hagen Dass oder Ben & Jerrys. Ähm. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Ben & Jerrys. Jetzt gucken wir hier nochmal schön das Geschmolzene vom Rand. Das ist durchaus gut. Dafür, dass es ein bisschen weniger Kalorien hat. Wenn man das braucht, dann kann man sich das holen. Aber ich sage euch, kauft euch lieber richtiges Eis. Ihr bekommt vor allem viel mehr für euer Geld und bezahlt nicht irgendwie 40% mehr oder so. Oder 30%, wenn man es nur aufs Gewicht bezieht. Ähm. Das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen unfair, dass es dann nicht auch ein bisschen günstiger wird. Aber es ist logisch, welche Firma würde das machen. Die Brownies sind geil. Und die Eismasse ist nicht ansatzweise so voll wie beim normalen Ben & Jerrys. Es fehlt extrem viel voller Geschmack. Die Karamellsoße, die ist ganz lecker. Wäre aber schöner, wenn sie in Bunkern drin ist. Von daher, so ein Diäteis ist wirklich gut, kann ich dem Eis durchaus einen gut bescheinigen. Global gesehen im Vergleich zu richtigen Ben & Jerrys ist das Ding natürlich durchgefallen. Wie gesagt, aber für das Muforia, von diesen drei Muforia, für mich persönlich bis jetzt das Beste. Ich bin gespannt, wie das nächste wird. Das werdet ihr dann vermutlich morgen sehen oder am nächsten Tag, je nachdem wann ja. Obwohl es ist ja morgen, wenn man das Video guckt, ist das dann ja für jeden, der es guckt. Ist auch egal. Ich bin gespannt, wie das wird. Es war mir eine Freude, euch dieses Video hier zu erstellen. Gerne einen Kommentar von euch, was ihr allgemein davon haltet, dass Ben & Jerrys in dieses Diäteis-Segment so ein bisschen eingestiegen ist. Würde ich euch dieses Eis kaufen? Wie seht ihr das mit dem Preis? Lasst uns ein bisschen diskutieren. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.